Hallo, hier ist Oliver von den LernSnacks und wir sprechen heute über Aufgabentyp 4b. Der kommt nicht so häufig vor, ist aber dafür bei vielen Schülern natürlich umso mehr ein Schreckgespenst. Es geht um Analysieren, Reflektieren und Argumentieren. Und jetzt geht's los. Na, zuerst mal, was ist das Ziel von Aufgabentyp 4b? Das ist manchmal manchen nicht so klar. Es geht ja um analysierendes Schreiben. Das heißt also, das Ministerium sagt, durchfragen bzw. Aufgaben geleitet. Das heißt, du kriegst ganz viele kleine Teilaufgaben, ganz viele kleine Teilbearbeitungsziele und erledigst sie Schritt für Schritt. Du hast kontinuierliche oder diskontinuierliche Texte. Das können also Comics sein, Bilder sein, Diagramme sein, Texte, Romanauszüge, Dialoge, Blogbeiträge, was auch immer. Du sollst daraus Informationen ermitteln aus diesen Quellen, aus diesen Materialien. Die werden dann immer mit M1, M2 und so weiter abgekürzt. Du sollst die Informationen vergleichen. Du sollst Textaussagen deuten, also sprich, die Lupe hinhalten. Und du sollst abschließend reflektieren und bewerten. Ein Beispiel zur Struktur. Du hast also erstmal Material untersuchen. Thema benennen oder Themen benennen. Text zusammenfassen. Überschriften finden. Eine Beschreibung schreiben. Einen Vergleich schreiben. Also wirklich Textarbeit. Und danach hast du eine begründete Stellungnahme. Das heißt also, aus allen Quellen zusammen eine Stellungnahme, eine Begründung schreiben. Das kann so aussehen. Hier hast du auch fett die Operatoren geschrieben. Untersuche die Materialien. Benenne das gemeinsame Thema. Fasse die Informationen zusammen. Beschreibe die Ergebnisse. Benenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede. Vergleiche die Position 1 mit Position 2. Und als zweite Aufgabe kommt dann eine begründete Darstellung. Nimm Stellung zu Meikes Aussage. Begründe deine Meinung und beziehe dich dabei auf M1 bis M3. Das ist also wirklich eine sehr geleitete, angeleitete Art und Weise zu schreiben. Die Logik dahinter ist natürlich ganz klar für mich. Ich hoffe für dich auch. Aufgabe 1. Textverständnis schaffen. Sortieren das Ganze. Informationen irgendwie vorsortieren. Vorschreiben. Und dann bei Aufgabe 2 eigentlich im Prinzip das Ganze zusammenfassen. Und dazu deine eigene Meinung schreiben. Ein paar Tipps habe ich natürlich auch für dich. Erstmal richtig markieren. Ganz, ganz, ganz wichtig. Nimm dir mehrere Stifte mit. Ich sage es immer wieder. Und ich habe auch dazu ein Lernsnick geschrieben. Verlinke ich unten. Dann kenne die Operatoren. Ich habe dazu auch ein Lernsnick geschrieben. Die Operatoren sind zwar auch schon fürs Abitur und für die ZK, also die zentrale Klausur. Aber in der ZP10 kannst du die genauso brauchen. Vor allen Dingen, wenn du im nächsten Schuljahr in die Oberstufe kommst. Bearbeite wirklich jede Teilaufgabe Schritt für Schritt für Schritt. Normalerweise sage ich ja immer, ja, du kannst auch hier die Aufgabe 1 zuerst machen. Dann die Aufgabe 5, dann die Aufgabe 3, dann die Aufgabe 2 und so weiter und so fort. In dem Fall geh wirklich von oben nach unten durch. Beachte die Textform, falls eine vorgegeben ist. Denke an die Leser, die vielleicht vorgegeben sind. Aber denk vor allen Dingen auch an deine Lehrer. Ja, super, super wichtig. Du musst dir vorstellen, dein Lehrer oder deine Lehrerin, die sitzen da mit 20, 30, 40 Klassenarbeiten, ZP10-Arbeiten oder sonstigen Kursarbeiten und müssen dann am Ende alle durchlesen und kontrollieren. Je leichter du denen das machst, umso leichter werden sie dir folgen können. Und dafür gibt es auch Punkte, wie gut strukturiert dein Text ist. Du musst vor allen Dingen auch die Zeit im Blick behalten. Deshalb habe ich jetzt gleich noch ein paar mehr Tipps. Bei der Bewertung spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Die Form, deine Form, wie du das reingießt, sorgt dafür, dass du besser oder schlechter verstanden wirst. Es gibt Punkte für den Inhalt, natürlich, ganz klar. Es gibt aber auch Punkte für die Darstellung. Und die sind auch gar nicht so wenige. Es ist nicht immer ein langer Text nötig. Aber du solltest auch nicht nur in Stichworten schreiben. Also es heißt, flüssig lesbar, ja, auch mit Einleitung und einem kurzen Schlusssatz oder so. Aber vor allen Dingen ohne unnötige Fillsätze. Keine Wiederholungen, nicht aus dem Text irgendwie die ganze Zeit abschreiben, sondern wirklich kurz und knackig, aber flüssig lesbar und wirklich den Leser an die Hand nehmen und durch den Text führen. Die Punkteverteilung. Der Inhalt macht ungefähr 70 Prozent deiner Note aus. Du hast ja erst mal eine Aufgabe Leseverständnis und dann hast du eine Aufgabe Schreiben. Und die Schreibaufgabe, die macht so ungefähr 80 Prozent aus der Gesamtnote. Also sagen wir mal 80 Punkte. Von diesen 80 Punkten sind 70 Prozent Inhalt. Das wären dann also 56 Punkte. Und 30 Prozent die Darstellung. 30 Prozent Darstellung wären 24 Punkte von 80 Punkten. Nur dafür, dass du vernünftig schreibst, Rechtschreibung ein bisschen beachtest, Satzbau ein bisschen beachtest. Das Ganze logisch und strukturiert aufbaust, indem du halt eben nicht die ganze Zeit von A nach B springst, sondern ganz konzentriert die Aufgaben bearbeitest und wirklich immer im Hinterkopf hast, Es geht darum, dass man dich versteht. Das ist eine Sprachaufgabe. Beim Inhalt zählt dann außerdem noch Aufgabe 1 ungefähr zwei Drittel. Da sind ja auch mehr Teile. Das hast du gerade eben gesehen. Und bei Aufgabe 2, das zählt ein Drittel ungefähr. Aber das sind trotzdem immer noch 18 Punkte. Das heißt also, mit den Punkten aus der Darstellung und Aufgabe 2 hast du schon über 50 Prozent. Und mit den Punkten aus Aufgabe 1 und der Darstellung hättest du sogar eine gute 3. Achte auf beides. Das war es schon mit Aufgaben Typ 4b. Also du siehst, analysierendes Schreiben ist nicht so schwer. Ja, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Ich hoffe, ich konnte dir das so ein bisschen verständlich machen, worum es geht. Wenn dem so ist, dann weißt du ja Bescheid. Daumen hoch, Abo klicken, Kommentar schreiben. Also vor allen Dingen den Kommentar, da freue ich mich, denn ich versuche auch auf alle zu antworten. Wenn es mal nicht klappt, dann bitte nicht übernehmen. Wenn du noch weitere Anmerkungen hast, dann bitte gerne natürlich auch in die Kommentare. Und jetzt kann ich nur noch sagen, bleibt gesund. Viel Erfolg bei euren Prüfungen, bei den ZPCen, bei den zentralen Klausuren, auch beim Abitur, falls du es dafür liest. Das war Oliver von den LernSnacks. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.